In diesem Video schauen wir uns den günstigsten E-Motor mit Fernsteuerung an. Für welche Boote eignet sich der Motor? Was könnt ihr für den Preis erwarten? Wo liegen aber auch die Nachteile? Das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Los geht's! Moin liebe Bootsfahrer, ich bin Johann und begrüße euch zu einem neuen Video von E-Bootsmotoren.tv. Neben mir seht ihr schon den Haswing Ventura F5.0. Im Namen steckt bereits die mit einem Benziner vergleichbare Leistung von 5 PS. Das F steht für Fernsteuerung. Es gibt den gleichen Motor aber auch noch mit Pinne. Das ist der Ventura T5.0. Beide Ventura Modelle findet ihr wie immer bei uns im Shop. Wir starten jetzt aber erstmal mit den technischen Daten, den Besonderheiten und natürlich dem Preis. Zum Schluss folgt wie immer der Lautstärketest und natürlich mein Fazit. Der Name Haswing ist vermutlich den wenigsten von euch ein Begriff. Haswing ist eine chinesische Marke, was sich vor allem beim Preis bemerkbar macht. Der Motor kostet nämlich deutlich weniger als andere Modelle mit ähnlicher Leistung. Es gibt auch einen deutschen Importeur für die Haswing Motoren, der auch dauerhaft Ersatzteile auf Lager hat und sogar Reparaturen vornehmen kann. Starten wir mit den technischen Daten. Wir sprechen beim Ventura von einer Dauerleistung von bis zu 2400 Watt und einer Maximalleistung von 2520 Watt. Die Schubkraft beträgt 160 Lips bzw. 72,5 Kilogramm. Der Motor benötigt eine 24 Volt Batterie oder zwei 12 Volt Batterien in Reihe. Im Spannungsbereich von 17,5 Volt bis 30,6 Volt. Der 3-Blatt-Propeller hat einen Durchmesser von 27 cm und ist aus robustem Kunststoff. Wie immer hat der Kunststoff-Propeller einige Vorteile. Im Schadenfall kann der Propeller günstig neu gekauft werden. Wenn man den Propeller anbringt, sieht man hier auch diesen Scherstift. Das ist die Sollbruchstelle. Bevor der Propeller beschädigt wird, geht zuerst dieser kleine Stift kaputt und dann dreht der Propeller frei. Dank des Gehäuses aus Aluminium sind die Motoren relativ leicht. Der Ventura mit Fernsteuerung wiegt 17,3 Kilogramm. Der Ventura mit Pinne wiegt lediglich 14,7 Kilogramm. Auf jeden Fall leichter als ein vergleichbarer Benziner. Zusätzlich sind die Motoren auch dank des Materials salzwasserbeständig. Lediglich die Anode am Propeller sollte regelmäßig kontrolliert und erneuert werden. Alle Motoren werden stufenlos gesteuert. Der F 5.0 über die Fernsteuerung und der T 5.0 über die Pinne. Auf dem Gehäuse des Motors ist auch eine kleine LED-Batterieanzeige. Die Batterieanzeige ist spannungsbasiert und funktioniert nur in Kombination mit AKM-Batterien. Aufgrund der Spannungskurve von Lithium-Batterien zeigt der Motor bei Verwendung von Lithium-Batterien keine verlässlichen Werte an. Hier solltet ihr wie immer auf einen Shunt oder eine Batterie mit Bluetooth zurückgreifen. Der Ventura mit Pinne hat eine Schaftlänge von 70 cm und eignet sich für Motorboote, Kajütboote und Co. mit flacherem Spiegel. Bei 38 bis 40 cm Spiegelhöhe ist der Motor dann noch gut 30 cm unter Wasser. Der Ventura mit Fernsteuerung hingegen hat einen 77 cm langen Schaft. So eignet sich der Motor mit Fernsteuerung durchaus für Motor- und Kajütboote, aber auch für Segelboote. So, ein paar Worte zum Design. Ich finde der Haswing Ventura macht einen schlichten, aber gleichzeitig modernen Eindruck. Schwarz passt immer und die Farbe vom Aluminium ist ebenfalls sehr zeitlos. In Kombination finde ich es sogar ziemlich schick. Meiner Meinung nach ist es vor allem angenehm, dass auf die Akzentfarbe verzichtet wurde, also kein Blau oder Orange. So passt der Motor wirklich an jedes Boot. Farbe und Aussehen sind aber wie immer Geschmackssache. Als nächstes kommen wir zur Steuerung. An der Seite vom Ventura F 5.0 befindet sich die Aufnahme für die Fernlenkung. Das heißt, ich kann den Motor mit der bestehenden Fernlenkung vom Boot verbinden. Zusätzlich muss ich lediglich den Gashebel im Boot montieren. Der Gashebel kommt mit einem 4,30 Meter langen Kommunikationskabel. Der Gashebel ist jetzt kein Prachtstück, aber er ist vor allem funktional. Ich kann schnell zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang hin- und herschalten, habe einen angenehmen Einrastpunkt bei der Nullstelle, sodass ich nicht übers Ziel hinausschieße. Generell ist der Widerstand auch nicht zu leicht. Das macht die Steuerung an sich sehr angenehm. Weiter geht's mit dem Display. Effektiv haben wir hier eine weiße LED-Leuchte mit der Spannung. Sobald der Motor an der Batterie hängt, springt das Display an. In unserem Beispiel verwenden wir zwei AGM-Batterien, die sind auf jeden Fall voll geladen. Der Notausschalter muss aufgelegt sein, sonst piept der Motor dauerhaft. Spannend ist auch das Design vom Notausschalter beim Ventura F. Der ist hier nämlich so in diesen Gashebel eingearbeitet. Der Ventura lässt sich wie fast jeder Außenborder hochklappen. Das macht sich auch ganz angenehm, da es hier hinten einen Tragegriff gibt, an dem man anfassen kann. Ein großer Teil des Gewichts ist unten, das macht das Ganze auf jeden Fall deutlich schwerer als bei so einem kleinen Angelmotor. Allerdings immer noch leichter als bei einem 5 PS Benziner. Ihr könnt den Motor natürlich nicht nur hochklappen, sondern auch trimmen. Beim Ventura geht es in vier verschiedenen Stufen. Dafür müsst ihr einfach diesen Hebel hier an der Seite nach oben ziehen und dann könnt ihr den Motor an die gewünschte Position bewegen. Sobald ihr den Hebel wieder nach unten lasst, könnt ihr den Motor noch ein Stück hochziehen und dann geht er nach unten wieder zurück. Ganz einfach. Welche Fahrzeit lässt sich denn jetzt mit dem Teil erreichen? Wie immer kommt es ganz darauf an, wofür du den Motor benötigst, was du für ein Boot hast und wo du unterwegs bist. Kurze Vorbemerkung. Bei 2400 Watt fließen Ströme von 100 Ampere. So weit, so gut. Bei der Maximalleistung von 2520 Watt sprechen wir jedoch von 105 Ampere. Das ist bei der Auslegung der Batterie auf jeden Fall zu berücksichtigen. Deswegen reicht nämlich nicht nur eine Batterie mit 100 Ampere Spitzenstrom aus, sonst läuft man Gefahr, die Batterie zu beschädigen. Eine sehr schöne Option ist die 24 Volt 100 Ampere Stunden Leontron Batterie. Diese ist jedoch aufgrund der hohen Ladeströme etwas teurer. Man hat aber dann auch nur eine Batterie an Bord und muss nichts verschalten. Wenn ihr ohnehin mehr Reichweite braucht, dann empfehlen wir direkt zwei der 24 Volt 100 Ampere Stunden Akkus von Ultimatron. Einen Akku könntet ihr nicht nehmen aufgrund der Entladeströme. Mit zwei der Ultimatron Akkus stehen euch dann satte 5,2 Kilowattstunden zur Verfügung. Selbstverständlich gehen auch zwei 12 Volt AGM Batterien. Hier könnt ihr dann direkt die Anzeige von Ventura selbst verwenden und kommt nochmal deutlich günstiger. Oder ihr nehmt einfach zwei 12 Volt Lithium Batterien, dann aber darauf achten, dass man die miteinander verschalten kann und dass ihr entweder Messschand habt oder ein Bluetooth Modul in den Batterien. Jetzt wird es spannend. Kommen wir mal zum Preis. Im Lieferumfang des Ventura 5.0 ist bereits alles enthalten. Der Motor mit Propeller, Pinne oder Fernsteuerung, Notausschalter, zwei Anoden, Scherstifte sowie die Bedienungsanleitung. Den Motor gibt es schon ab 1299 Euro und das ist bei der Leistung schon verdammt günstig. Mit den günstigsten Lithium Batterien liegt man für den 2,5 Kilowatt Motor und den 2,8 Kilowattstunden Batterie bei gut 3000 Euro. Mit AGM Batterien landet man preislich sogar knapp unter 2300 Euro. Im Vergleich zu anderen Anbietern ist es einfach unschlagbar günstig. Klar, immer noch teurer als ein Verbrenner, aber ihr habt auch die ganzen Vorteile von einem Elektromotor. Wenn ihr nach dem Video denkt, dass der Haswing Ventura 5.0 etwas für euch ist, dann schaut gerne in unserem Online-Shop vorbei. Hier könnt ihr die Motoren mit der gewünschten Batteriegröße konfigurieren und natürlich auch direkt bestellen. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Für welches Boot eignet sich denn jetzt der Haswing Ventura? Grundsätzlich würde ich sagen für jede Anwendung. Für ein Schlauchboot hat der Ventura aus meiner Sicht aber zu viel Leistung. Gleitfahrt ist aufgrund der Drehzahlbegrenzung nämlich ohne weiteres nicht möglich. Ich würde den Ventura klassisch für Verdränger empfehlen, also Motorboote, vor allem über Kajütboote bis 1,2 Tonnen, bei nicht zu viel Strömung durchaus auch bis 1,5 Tonnen. Bei Motorbooten rechnen wir mit rund 2 kW pro Tonne, um die Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen. Auch an Segelbooten macht der Ventura eine gute Figur. Hier kann man den Antrieb auch bis 1,5 oder sogar 2 Tonnen Bootsgewicht verwenden. Sobald die Leistung von Außenbordern mit integrierter Batterie nicht ausreicht, kommt meiner Meinung nach der Ventura ins Spiel. Wir kalkulieren bei Segelbooten ja mit ca. 1,5 kW pro Tonne. Lasst uns doch mal anschauen, welche Außenborder es in dem Leistungsbereich noch gibt und wie viel diese kosten. Wir haben natürlich den E-Propulsion Navi 3.0 Evo. Der kostet 2.549 Euro, also knapp das Doppelte. Ansonsten gibt es noch den Aquama Trend mit 2,2 kW oder 4,3 kW und den 4 kW E-Tec. All diese Modelle sind jedoch nur für Verdränger geeignet und deutlich teurer. Wenn man nach einer Lösung für leichte Gleitboote oder Schlauchboote sucht, landet man sicherlich eher beim Tokido Cruise 3.0. Dieser ist leicht und qualitativ sicherlich am besten verarbeitet. Der Cruise 3 kostet aber auch das Dreifache. Es fällt auf jeden Fall auf, dass es einen immensen Preisunterschied zu anderen Herstellern gibt. Andere Hersteller bieten aber auch mehr Funktionalität wie ein Display an und haben eine ganz andere Optik und auch teilweise mehr Leistung. Es kommt aber wirklich ganz darauf an, wonach ihr sucht. Kommen wir wie immer zu unserem Lautstärketest im Trockenlauf. Bei den Ventura-Motoren handelt es sich zwar um bürstenlose Motoren ohne Getriebe. Sobald ich den Motor anschalte, habe ich einen deutlich wahrnehmbaren Ton. Laut Datenblatt sind es 55 Dezibel. Das ist vergleichbar mit den Geräuschen von einem Kühlschrank. Ich würde sagen, im unteren Drehzahlbereich eher ein bisschen lauter. Im oberen Drehzahlbereich läuft er wirklich sehr rund und ist eher ein bisschen leiser. Ich mache mal noch den Rückwärtsgang. Ja, klingt auf jeden Fall genauso. Draußen im Wasser ist davon natürlich noch mal deutlich weniger zu hören. Da habe ich ja dann auch die Umgebung mit Wasser, Wellen, Wind und natürlich andere Boote. Den Test im Wasserbecken werden wir dieses Mal nicht durchführen. Effektiv geht uns nur die Box kaputt mit dem starken Motor und ihr hört nur das hin und her plätschernde Wasser. Wir arbeiten gerade daran, dass wir die Tests auch auf dem Wasser durchführen können und dann nehmen wir euch natürlich mit. Um das nicht zu verpassen, abonniert auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Das Gesamtpaket vom Haswing Ventura 5.0 überzeugt mich vor allem aufgrund des günstigen Preises. E-Mobilität muss bezahlbar sein, das haben wir auch immer wieder von euch in den Kommentaren gelesen. Der Ventura ist keineswegs ein reines Billigteil aus China, sondern ein sehr solider Motor. Wird der Motor 20 Jahre halten? Wahrscheinlich nicht. Für Verdränger mit mehr als einer Tonne Gewicht ist der Haswing Ventura 5.0 eine gute Wahl. Also Kajütboote, kleine Hausboote oder Segelboote. Aus unserer Sicht ist der Ventura 5.0 vor allem für den Freizeiteinsatz sinnvoll, auch wenn wir schon einige Bootsvermietungen haben, die damit im Dauereinsatz sind. Die einzigen Nachteile sind aus meiner Sicht dieses kleine Taschenrechner-Display, was wirklich nur die Spannung anzeigt und dann natürlich die Lautstärke. Wobei, wie wir ja gehört haben, der Motor ist gar nicht so laut. Wenn man aber einen wirklich vollkommen leisen Motor haben möchte, dann geht man in Richtung E-Propulsion Navy, Torquedo Cruise 3.0 oder halt die Aquamod Trendmotoren. Habt ihr Freunde oder Kollegen, die unseren YouTube-Kanal noch nicht kennen? Dann sagt denen doch mal Bescheid, dass sie E-Boots Motoren TV auschecken sollen. Herzlichen Dank fürs Einschalten und für eure Unterstützung. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Im nächsten Video geht es um das Thema Lithium oder AGM Batterien. Gerade für den Ventura ist das eine durchaus interessante Frage. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Johann.